willkommen bei profischnapp.de hier im showroom in empfingen heute habe ich ein willig schillig schnäppchen für sie und zwar die einen brooklyn variante 167 60 zweiteilige kombi mit sitz tiefen verstellung in leder z51 42 weiß zum superpreis natürlich weiß klassisch schöne farbe passt sich überall an gut zu kombinieren mit schwarz mit rot mit farbe dann haben wir hier eine bodenfreiheit die sehr schön ist die gruppe wirkt sehr leicht einen schillig gemäßen sitz komfort mit federkern im sitz mit toller rücken unterstützung hier klappbare armlehnen die es mir möglich machen schön auch zu liegen und jetzt kommt es haben sie es gesehen wie es geht einfach mit den ellenbogen nach hinten drücken schon haben sie eine sitz tiefen verlängerung von 15 cm sogar bei der rekamere dass ich ganz drauf liegen kann dann kann ich das runter klappen übrigens das zubehör krisen kopfstütze sind extra und wenn ich dann alles runter klappen kann ich hier auch mit meiner liebsten oder mit meinem liebsten zusammen liegen ja da gibt es platz für zwei gar kein problem so was gibt es noch zu sagen chili qualität klar übrigens durch das kissen hier haben sie auch hier nochmals einen vollwertigen sitz naja vollwertig aber einen sitz jetzt ist er vollwertig weil das kissen hat hier noch eine rückenunterstützung und dann passt das ganz einfach auch wieder nach vorne zu nehmen dann sieht man das gar nicht und schon habe ich mit der kopfstütze sogar ein hochlenkung vor ein absolutes schnäppchen eine mustergruppe die wurde gebaut um vom vertrieb und von der geschäftsleitung abgenommen zu werden und dann hatte sie ihren zweck erfüllt ein eigenmodell vielleicht für ein verband oder so ich weiß es nicht unser preis 2450 euro statt über 5000 ohne kopfstütze oder das kissen diese bieten wir separat an einmal da steht bei uns hier im showroom im eingang wird nicht lange da sein wenn sie sie haben wollen machen sie schnapp dankeschön und tschüss